Die digitale Sprechstunde vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert Sag mal, deine Augen sehen so gelblich aus und deine Haut auch. Oft fällt die Gelbsucht, die ein Symptom ist und keine Erkrankung, aber darüber wollen wir noch sprechen, vor allem dem Umfeld auf und gar nicht mal dem Betroffenen selbst. Doch woher kommt diese gelbliche Verfärbung? Was ist die Ursache? Und dann natürlich die Frage, wie behandelt man das richtig? Darüber wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde. Und ich freue mich auf meinen Gast. Prof. Dr. Thomas von Hahn ist bei mir. Er ist Chefarzt für Gastroenterologie, Hepatologie und interventionelle Endoskopie an der Asklepios Klinik in Barmweg. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören bei dieser aktuellen digitalen Sprechstunde. Ja, Herr Prof. von Hahn, was steckt denn hinter dieser Gelbsucht? Was passiert da im Körper? Ja, das, was so ein Menschen gelb machen kann, das ist eigentlich immer dasselbe. Das ist ein Stoff, der heißt Bilirubin. Und Bilirubin entsteht, wenn die roten Blutkörperchen abgebaut werden. Wir haben ja wahnsinnig viele roter Blutkörperchen, die den Sauerstoff im Blut transportieren und wir stellen jeden Tag neue her und die alten werden abgebaut. Und wenn dieser rote Blutfarbstoff, der da drin ist, abgebaut wird, wird daraus Bilirubin. Das sieht gelb aus und das muss den Körper verlassen. Das wird erst durch das Blut zur Leber transportiert, dann von der Leber ein bisschen chemisch verändert, dann in die Galle ausgeschieden, dann geht es über die Galle in den Darm und verlässt mit dem Stuhlgang den Körper. Und meistens funktioniert das ja offenbar reibungslos, aber bei manchen bleibt ja dann diese gelbliche Verfärbung. So ist es. Also es gibt eigentlich bei allen Schritten von diesem Weg, kann irgendwas schief gehen. Die eine Möglichkeit ist, es entsteht plötzlich sehr viel Bilirubin. Das ist zum Beispiel bei Neugeborenen, die ja auch so eine Gelbsucht manchmal entwickeln können, der Fall. Die zweite Möglichkeit ist, irgendwas funktioniert in der Leber nicht. Also die Leber schafft es nicht, das Bilirubin aus dem Blut aufzunehmen und in die Galle auszuscheiden. Und die dritte Möglichkeit ist, dass irgendwas den Abfluss, also den Gallenfluss blockiert. Okay, also auf dem Weg kann irgendwas passieren, das ist so ein bisschen das Thema. Macht es Schmerzen eigentlich? Also man sieht diese gelbliche Verfärbung, aber hat man sonst irgendwelche Symptome? Spürt man das selbst, dass was nicht stimmt? Also Gelbsucht bei Erwachsenen sieht komisch aus und viele Patienten haben einen Juckreiz. Schmerzen haben die nicht und das Bilirubin selber ist auch nicht gefährlich, für Erwachsene jedenfalls nicht. Das Entscheidende ist, dass wenn so eine Gelbsucht auftritt bei jemandem, der die vorher noch nie gehabt hat, dann ist schon wichtig zu klären, woran das liegt, weil es eine ganze Reihe von verschiedenen Erkrankungen gibt, die das verursachen können und die sind schon alle relevant. Manche davon sind wirklich bedrohlich, andere auch gar nicht so sehr, aber klären muss man das auf jeden Fall. Wie schnell dauert das denn, bis man sozusagen diese gelbliche Verfärbung sieht? Kommt das über Nacht dann oder ist das ein Prozess über mehrere Wochen? Das kommt ein bisschen darauf an, wie die entsteht. Das kann aber relativ schnell gehen. Also wenn zum Beispiel etwas, ein Gallenstein zum Beispiel, den Gallenabfluss blockiert, so richtig, dann entsteht das innerhalb weniger Tage. Und viele Patienten erzählen von einer relativ kurzen Zeit, in der das erschienen ist. Ja, nun haben Sie ein paar Ursachen schon genannt. Das wollen wir nochmal ein bisschen vertiefen an der Stelle. Was kann also dahinter stecken? Was kann die Ursache sein, der Auslöser für diese Gelbsucht, für das Symptom? Naja, um das im Kopf zu sortieren, das machen wir Ärztinnen und Ärzte auch so, ist eben so ein bisschen diese Logik von dem Weg, den das nimmt, den ich eben schon erzählt habe. Die erste Möglichkeit ist, da entsteht plötzlich mehr Bilirubin. Das passiert zum Beispiel bei Neugeborenen. Die haben im Mutterleib einen anderen roten Blutfarbstoff als dann danach. Das ist ein anderes Gen sozusagen und die müssen dann einmal ganz viele rote Blutkörbchen auf einmal abbauen. Dann ist plötzlich sehr viel Bilirubin da. Und das ist bei den Neugeborenen auch noch wichtig, denn bei Neugeborenen ist Bilirubin doch ein kleines bisschen gefährlich, weil die Blut-Hirn-Schranke noch nicht ganz fertig ist und Bilirubin sich im Gehirn ablagern kann und da Schäden verursachen. Das passiert bei Erwachsenen nicht. Es gibt auch bei Erwachsenen Situationen, wo plötzlich rote Blutkörperchen kaputt gehen. Das sind ziemlich seltene Erkrankungen, tritt bei manchen Infektionen zum Beispiel auf. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist eben, dass die Leber krank ist. Die wichtigsten beiden Krankheiten da sind die akute Leberentzündung, die häufig verursacht ist durch Viren, manchmal aber auch durch Giftstoffe oder als Medikamentennebenwirkung. Dann gibt es ja die Leberzirrhose, also die Krankheit, wo die Leber schon über eine lange Zeit immer Schaden genommen hat. Übermäßiger Alkoholkonsum. Das ist die häufigste Ursache, aber nicht die einzige. Und wenn das über lange Zeit passiert, irgendwann vernarbt die Leber und dann irgendwann funktioniert sie auch nicht mehr richtig. Dann funktioniert diese Bilirubinausscheidung nicht mehr und man wird gelb. Und die dritte wichtige Möglichkeit, das ist bei Erwachsenen wahrscheinlich die größte Gruppe, ist, dass der Galle abflussbehindert ist. Und die zwei großen Ursachen dafür sind einmal Gallensteine und das andere sind Tumorerkrankungen. Im Bereich der Bauchspeicheldrüse oder auch im Bereich des Gallenganges. Und wie viele Patienten sehen Sie zum Beispiel mit diesen Symptomen der Gelbsucht in Barmbek? Wir sind ja ein großes Krankenhaus, auch mit so einem Schwerpunkt auf Gallenwegs- und Leberkrankheiten. Wir sehen schon ein paar davon jede Woche. Vielleicht mal ist es einer, mal sind es zwei, mal sind es drei, mal sind es auch fünf. Aber das ist gar nicht so selten. Ja, ja. Und dann beginnt so ein bisschen das, was Sie beschrieben haben, diese Detektivarbeit, dass man guckt, woher kommt es eigentlich, was ist die Ursache. Und Sie sagen, in den meisten Fällen sind es Gallensteine. Das ist wahrscheinlich bei Erwachsenen die häufigste Ursache. Aber auch die anderen Ursachen sind gar nicht so selten. Und das macht es aus ärztlicher Sicht, wenn ich das so sagen darf, auch ganz interessant und ganz spannend. Also weil es da wirklich was herauszufinden gilt. Das ist tatsächlich so internistische Detektivarbeit ein Stück weit. Und alle diese Ursachen, die ich genannt habe, die kommen vor. Also die wichtigen vier bei Erwachsenen sind wahrscheinlich die Hepatitis, also die Leberentzündung, die Leberzirrhose, die Gallensteine und die Tumorkrankheiten, vor allen Dingen der Bauchspeicheldrüse. Und bei allen, Sie haben schon gesagt, bei Neugeborenen, das hat man ja auch immer schon mal gehört, gelesen, ist es sehr gefährlich. Aber bei Erwachsenen ist es mit diesen Erkrankungen ja auch so, dass man damit schon dringend zum Arzt sollte. Und das behandelt werden muss. Auf jeden Fall. Das Bilirubin selber ist für Erwachsene halt nicht giftig. Aber die Krankheit, die das verursacht, die ist in vielen Fällen schon behandlungsbedürftig. Also Gallensteine zum Beispiel, die kann man in der Regel sehr gut entfernen. Das muss man aber auch tun, weil sonst zum Beispiel eine Gallenwegsentzündung entstehen kann. Wenn ein Tumor dahinter steckt, das ist gerade bei älteren und alten Menschen, die plötzlich gelb werden und gar nicht so sehr Schmerzen haben, eine nicht so seltene Ursache. Die sind natürlich dringend behandlungsbedürftig. Und ja klar, auch die Leberzirrhose und die Hepatitis sollten behandelt werden. Also wer gelb wird und den Grund dafür nicht kennt, der muss zum Arzt. Relativ bald auch. Ja, jetzt haben Sie es schon einmal ganz kurz erwähnt. Es gibt auch so eine Art genetische Form oder so eine genetische Disposition, dass man gelb wird, wenn man Stress hat oder einen Infekt ausbrütet oder so. Das ist eine seltene, aber harmlose Form. Das stimmt. Es gibt eine genetische Krankheit, Borbus Meulengracht heißt die. Das haben gar nicht so wenige. Ein paar Prozent der Bevölkerung wird autosomal dominant vererbt. Also wenn Ihr Vater es hat, dann können Sie das 50-50 auch haben. Und das führt dazu, dass man immer mal, gerade so in Stresssituationen, wenn man zum Beispiel einen Infekt hat, das Bilirubin etwas ansteigen, wenn man kurzzeitig so ein kleines bisschen gelb wird. Das ist nur bei wenigen Leuten so, dass man es wirklich eindeutig sieht. Bei manchen aber schon. Das ist harmlos, tritt immer mal wieder auf. Ist wie Migräne. Andere haben Migräne, manche werden gelb. Ja, genau. Gewissermaßen. Das ist dann meistens so ein kleines bisschen im weißen der Augen sieht man das. Nicht so sehr auf der Haut. Das ist tatsächlich eine, ich weiß nicht, ob man es Krankheit nennen soll. Also es ist eine genetische Veränderung, die nicht behandlungsbedürftig ist. Okay, also da würde man auch nichts geben. Kein Medikament nehmen dagegen. Nein, es gibt kein Medikament dafür, braucht man aber auch nicht. Dann kommen wir nochmal zur Behandlung. Sie haben das schon ein bisschen erwähnt. Natürlich Gallensteine, wenn das die Ursache ist, dann werden die entfernt. Bei Tumoren möglicherweise oder möglichst dann ja auch. Was macht man bei Leberzirrhose, Hepatitis, wie behandelt man das? Also bei der Virus-Hepatitis, wenn die durch Viren ausgelöst ist und die tritt akut auf, muss man meistens gar nichts tun. Man muss nur feststellen, dass es das ist und das geht in aller Regel selber vorbei. Es gibt chronische Formen von Hepatitis, also zum Beispiel Hepatitis C, die verschwindet manchmal auch nicht wieder, sondern bleibt. Da gibt es heutzutage wirklich sehr, sehr gute nebenwirkungsarme Medikamente. Gibt aber eben für die akute Leberentzündung auch noch andere Gründe. Medikamentennebenwirkungen sind gar nicht so selten. Also es gibt bei allen möglichen Medikamenten einzelne Menschen, die so ähnlich wie bei einer Allergie darauf reagieren, aber eben nicht mit Ausschlag auf der Haut, sondern mit einer Entzündung der Leber und einer Gelbsucht. Und dann ist es natürlich wieder wichtig herauszufinden, dass das die Ursache ist, weil man dann tunlichst aufhören sollte, dieses Medikament, das man halt nicht verträgt, nicht weiterzunehmen. Gibt es da ein bestimmtes Medikament oder eine Medikamentengruppe, die da besonders dafür bekannt ist, dass sie das auslösen kann? Komischerweise nicht so richtig. Es gibt einige ganz wenige Medikamente, wo man weiß, wenn sie zu viel davon nehmen, dann nimmt ihre Leber Schaden. Das bekannteste da ist Paracetamol. Also wenn man eine Überdosis Paracetamol einnimmt, dann nimmt jeder Mensch, der das tut, einen Leber Schaden und irgendwann wird man dann auch gelb. Aber bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Medikamenten ist das wie so eine Allergie. Es ist nicht vorhersagbar. Also bestimmte Antibiotika machen das häufiger als andere Gruppen, aber alle möglichen Medikamente können das tun. Und das ist dann eben nicht, das passiert nicht bei jedem, das passiert nur bei ganz wenigen. Aber weil es so viele Medikamente gibt, kommt das immer mal wieder vor. Und das ist wichtig, das herauszufinden. Ja, kann man präventiv irgendwas tun? Gut, das hängt natürlich hier wieder von der Ursache. Wenn es eine Leberzirrhose ist, dann ist es besser, man trinkt, hätte vorher weniger getrunken wahrscheinlich zum Beispiel. Richtig, also um Leberkrankheiten zu verhindern, ist natürlich der Verzicht oder nur der sehr moderate Konsum von Alkohol total wichtig. Alkohol kann übrigens nicht nur die Leberzirrhose auslösen, sondern auch so eine ganz akute Leberentzündung, die dann auch wieder zu Gelbsucht führt. Und ja, ich meine, Ärzte sagen immer, man soll nicht trinken und nicht rauchen. Mediterrane Kost und so. Mediterrane Kost zu sich nehmen. Jede Woche hier. Also bei der Leber ist es halt, ja, Alkohol wirklich nur sehr moderat konsumieren, das ist relativ wichtig. Die Virushepatitis-Erkrankungen, das sind durch Blut übertragene Erkrankungen, also die werden übertragen durch Drogen beziehungsweise Teilen von Injektionsbestecken und über Sex. Also Safer Sex ist da ein Thema und das sind so wahrscheinlich die wenigsten Dinge, die man präventiv tun kann. Und Gallensteine, da kann man wenig vorbeugend tun, oder? Gallensteine, die haben ja eine starke genetische Komponente. Ein klein bisschen gibt es modifizierbare Risikofaktoren, also Übergewicht, starke Gewichtsschwankungen sind so ein Thema. Auch da wieder ist mediterrane, gesunde Kost, eher hilfreich, aber Gallensteine sind was sehr, sehr Häufiges. Also ein gar nicht so kleiner Teil, 20, 30 Prozent der Bevölkerung haben Gallensteine. In den meisten Fällen liegen die einfach in der Gallenblase rum und tun da nichts Böses, dann sind die auch nicht behandlungsbedürftig. Probleme machen und eine Gallenkulik oder eben auch eine Gelbsucht auslösen, tun die nur dann, wenn so ein Gallenstein aus der Gallenblase loswandert, im Gallengang feststeckt und dann eben den Abfluss der Galle verstopft. Und dann ist es behandlungsbedürftig. Jetzt haben wir ja die Ursachen schon geklärt, es sind eben vielfältige Ursachen, die dahinter stecken können. Das heißt, es kann auch jede Altersklasse treffen. Oder ist da eine bestimmte Gruppe besonders häufig bei Ihnen als Patienten? Das kann tatsächlich jede Altersklasse treffen. Die Ursachen sind ein bisschen unterschiedlich. Also so die akute Hepatitis, die akute Leberentzündung, das trifft man etwas häufiger bei eher jüngeren Erwachsenen, aber eben nicht nur. Gallensteine betreffen wirklich das gesamte Erwachsenenalter. Manchmal trifft es auch schon Teenager. Die Tumorerkrankungen, also zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs, als eine besonders natürlich schwerwiegende und bedrohliche Ursache von Gelbsucht, Das ist häufiger bei älteren Menschen. Also ja, das ist ein Problem, über das ganze Lebensspektrum gibt es das. Die Ursachen, die einzelnen Ursachen sind ein bisschen häufiger in verschiedenen Altersgruppen. Jetzt haben Sie eben schon gesagt im Verlauf des Gesprächs, die Ursachenforschung macht es auch spannend, dass man eben nicht immer so nach Schablone arbeitet. Warum sind Sie Arzt geworden? Warum ausgerechnet innere Medizin, Gastroenterologie? Warum dieser Fachbereich? Ja, das hat, also der Anlass war eigentlich, ich habe im Krankenhaus Altona, damals noch Landesbetrieb Krankenhäuser, inzwischen gehört es ja auch zu unserer Krankenhausgruppe, meinen Zivildienst gemacht. Und ich habe das einfach wahnsinnig gerne gemacht. Ich war da Pflegehelfer auf so einer ganz normalen Station und ich hatte ein ganz tolles Pflegeteam, die mich da mitarbeiten lassen. Und ich fand das damals schon, alles was man da sehen konnte, ich fand das sehr, sehr interessant einerseits. Und ich fand die Interaktion mit den Patientinnen und Patienten, aber auch mit den anderen Leuten, die da gearbeitet haben, total spannend und interessant. Aber hatten Sie da schon den Arztberufswunsch? Sie haben ja im Christianneum Abitur gemacht. War da schon klar, ich möchte in diese Richtung und mache deshalb den Zivildienst in der Klinik? Oder kam der Wunsch dann erst? Nee, wenn ich den Zivildienst nicht gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht Arzt geworden. Also das war wirklich der Ursprung davon. Und genau, das Tolle ist eben, es ist einerseits inhaltlich wirklich interessant und wahnsinnig vielfältig und manchmal so richtig Detektivarbeit, gerade in der inneren Medizin, wo ich ja tätig bin. Zweitens ist es auch manuell interessant. Also wir machen ja auch sehr viel Endoskopie, also zum Beispiel einen Senn-Gallenstein aus dem Gallengang entfernen. Das ist so ein, ja, es ist keine Chirurgie, sondern wir machen das durch die Körperöffnung, die es sowieso schon gibt, also in dem Fall durch den Mund. Aber es ist, das erfordert Geschicklichkeit und ist fast ein bisschen so wie Operieren. Also das ist sehr interessant und man trifft halt alle Menschen, die es gibt. Krank wird jeder irgendwann mal. Und das macht den Arztberuf wirklich menschlich auch sehr interessant und sehr fordernd, aber auch sehr, ja, sehr lohnend, sehr schön. Jetzt waren Sie ja viel unterwegs im Laufe Ihrer Karriere in den USA, glaube ich, geforscht längere Zeit. Sie haben in Freiburg studiert, waren in Berlin, in Hannover. Jetzt sind Sie seit 2019 wieder in Hamburg. War das so ein Traum, dass Sie sagten, ich will schon wieder zurück nach Hamburg? Das ist ja meine Heimatstadt und es ist natürlich toll, nach Hause zu kommen. Es war nicht mein ganz großes Ziel, dass ich das auf jeden Fall schaffen muss. Also es hat sich auch ein bisschen so ergeben, das hat beruflich gut gepasst. Also die Stelle in Barmbeck war für mich wirklich eine ganz tolle Stelle und ich bin da auch sehr froh, dort angekommen zu sein und da arbeiten zu dürfen. Es hat von der Familie her wirklich sehr, sehr gut gepasst und nach Hause zu kommen ist natürlich auch toll. Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Letzte Frage. Ich verbringe Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie. Ich treibe ganz gerne Sport. Also ich laufe gerne um den Stadtpark oder auch um die Alster und ich finde das kulturelle Angebot der Stadt auch toll. Also ich gehe gerne in Konzerte, ich gehe wirklich gerne ins Theater und es ist einfach eine ganz wunderbare Stadt und es ist sehr, sehr schön, wieder hier zu sein. Das sind schöne Schlussworte. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und so wunderbar aufgeklärt haben über das Thema Gelbsucht, über dieses Symptom und was dahinter stecken kann. Und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.